hallo guten morgen guten mittag und herzlich willkommen zurück bei Ratchet & Clank Rift Apart da ist er schon, der gute Ratchet, der sieht ein bisschen nass, der sieht ein bisschen verdrüppelt aus das ist die Nefarius Statue, wir sind gerade in einer Dimension in der Nefarius der Imperator ist weht wunders, wir nehmen das hier nochmal mit und dann gehen wir mal hier weiter so, oh, wieso, wieso sieht das so aus? oh du bist wohl Glitch, ich bin Magid entschuldige das Geholpere von vorhin, es läuft nicht gerade besonders gut und ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann das erinnert mich an Crack in Time, wo man den Reden geklenkert okay, wir können, wir können auch schießen oh auch wie sich das anfühlt am Controller, voll interessant können wir eigentlich auch springen? ne, springen können wir nicht Virusnester Elektrowaffen, ja ach, von da kamen wir, okay 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 oh, ist das süß hey ach oh, ist das süß was ist das für eine Kapsel? äh, hat ein Virus die Erzung? oh das ist auch ein Lovation of Trouble oh, Energie gesammelt das fühlt sich voll interessant an am, 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 am Controller okay, wir gehen mal hier hoch oh hallo, hallo, hallo ein Hammer, wie kurz okay oh geschafft oh man wirklich wow sieht aus, als wäre der Computer wie online mach dich bereit das Raumschiff zu kapern, Ratchet aber sicher macht man das du hast es geschafft, Glitch willkommen zurück, einmal hoch majestätische Majestät und los geht's Todesfall Kamerons fünf Planeten Zerstörungskanonen und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren Klang, äh? pssst schnapp ihn los ich komme, Klang nein, 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 nein willkommen, oh Meister von uns allen Passwort, bitte und zu ein Passwort ich bin der Imperator ich kann dich auch einfach vernichten hahaha war ja klar wir haben diesen Planeten verlassen Sargasso Außenposten L51 also dieser Dimensionator wurde gestohlen von Doktor Nefarius und er brachte dich damit hierher jetzt musst du nur noch dein Freund finden der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten und heimreisen du musst mich echt für selten dämlich halten Pass auf ich glaube ja dass es diesen Doktor Nefarius gibt aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators Hilfe, wir angegriffen jemand Mord? Was ist los? Oh je Gut festhalten Oh Pass auf Was glaubst du was ich mache? Oh Es ist doch immer ein Absturz Oh Ich bin mir als Rivet Sie hat voll ein Buschelschwanz Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten Sie hat einen Buschelschwanz Sie ist eine Puscheling Puschelfrau Ich muss mal kurz auf die Karte gucken Wo müssen wir hin? Ach da hinten Okay Na Stufenaufstieg Was bist du? Okay Das kann ich nicht hauen Oh Ah Ich hänge So Du Schleimdinger kaputt Also ich halte mal immer recht recht auf Tränen Ich würde sagen So Haben wir jetzt eigentlich Ja Wir haben dieselben Waffen wie Ratchet Oh Brühe Das ist nicht so gut Das ist wie Kläberbrühe Was bist du denn? Nix Er ist ja ein Hammer Sie machen bestimmt bald ganz bald dann wenn wir mal fertig sind mit Spielen Also nicht ganz bald aber halt irgendwann voll die Babys Die Ratchet und die Iron Air Babys Oh Schleimd So Das sah aus wie ein C Okay So Die Mrs. Zuckon ist da Was ist denn hier? Wir schaffen das, aber ich will mit der Frau Zuckerl reden. Was soll denn das? Was ist mit euch? Jetzt können wir reden. Was ist das? Wieso wird da nichts dazu erzählt? Was soll das? Vorm Schnittsprinkler. Ja, weiter. Was ist das? Schleuniger durch die Menge, die Energie, das Böse zu vernichten. Wie liegt in meiner Haut? Okay. Gut, ich hätte gern alles. Wir können uns nicht alles leisten. Wir nehmen, glaube ich, erst mal den hier. Recht hohe Reichweite. Das können wir uns leider nicht leisten. Halb Schuss, ganz Schuss. Okay. Irgendwas kratzt doch hier rum. So, probieren wir gleich mal. Cool. Oh. 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 irgendwo lässt. Was seid ihr denn? Das waren das Gary's. Prinz Prinz Bob. Das erinnert mich alles an dieser anderen. Also ich glaube das war auch Saga so. Ich glaube bei Crack in Time und bei Tools of Destruction waren wir hier. Auf jeden Fall bei Crack in Time. Direkt mal ausprobieren hier. So. Was müssen wir eigentlich alle haben. Ja. Ich bin ja auch ein Starkfrau. Okay. Hier kann man nicht weiter. Wahrscheinlich da runter. Oder? Ja. Auf den Dingern könnte man herumlaufen. Wo wäre der Schlitzkäfer hin? Offenbar geht eine Art Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. So. Aber. Ich meine wir gehen mal zweit hierhin. Aber. Oh. Ich will erstmal da hinten hingucken. Ach verdammt. Und hier kam er ja fast. Hier musste man ähm. Ich glaube das war Tools of Destruction wo man da ähm mit dem Controller den so neigen musste. Da konnte ich irgendwie nie so richtig fliegen. Ich weiß auch nicht. Oh. Hallo. Oh. 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 Okay, die sind aber cool, hier muss man wenigstens nicht so springen. Okay. Oh, bist du denn? Ach so, oh, die hängen mit ihren Ärschen da drin. Okay, ich will nur mal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas überlegt, über Dings habe. Ich will überlangfahren. Hui. Auch ein Hütchen. Galaktischer Schutztrupp. Kopf. Hier haben wir auch einen Dings gefunden, okay. Ein Stückchen Anzug. Hi. Vielleicht führt Mailer mich zu den Mods. Oh. Halt mal bitte an. Nein. Ich könnte gar nicht alles einsammeln. Flitzkäfer. Temposchub. Oh. 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 Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard. Finden wir die Mods. Hu. Uh. Verzeihung. Ja. Vorsicht. Schon gut. Schon gut. Siehst du? Manchmal stoße ich auch nicht wogegen. Oh! Ui! Bitte sei vorsichtig! Was habe ich übers Reinreden gesagt? Gut, er kümmert sich erstmal hier alles einsammeln. So. Wir haben ja schon ein bisschen verloren. Gibt es ja eigentlich auch wieder so ein Trophäe für eine Million Bowls oder so? Ja, Flitzkäfern ist nochmal gleich. So, hier ist noch einer übrig. Oh, noch einer! Ah, ja. Haben wir alles. Flitzkäfernest finden. Ja, machen wir auch sofort. Da unten geht sowas zu einsammeln. Kurz Kupfkrabbeln. So. Da ist ein Flitzkäfernest. Oh, das sieht so süß aus, die großen. So, das nehmen wir noch mit und jetzt suchen wir mal die Flitzkäfer. Hier vorne ist ja ein Nest. Aber ich möchte gerne noch... Ja, genau. Hier sind wir lang gelaufen. Ich möchte gerne da hoch noch schnell, wenn wir einmal hier sind. Du, 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 du. So. Das war's hier, oder? Ja, dann suchen wir mal uns ein Nest. Drüben ist auf jeden Fall eins. Hä? Ach, das hat ja sechs Füße. Oh, da fand ich ja auch noch was. Stimmt, hier kommen doch her. So, äh, wo ist jetzt das Nest? Wo war das jetzt? Sind doch schon vorbeigelaufen. Da. Zü. Was ich gar nicht, was ich... Ach, da ist so. Hä? Wir haben diesen Lombax und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt, damit uns ein paar Fellknäuel aufhalten. Du hast circa neuneinhalb Sekunden uns zu verraten, wo sie sind. Eins... Aha, einen kleinen Moment mal. Die sehen ja witzig aus. So, ja, jetzt kann ich... Sie suchen nach Ratchet. Ich sage die Wahrheit. Wie du meinst, Boltz, ich rette jetzt meine Freunde. Hey! Ich weiß, wo ihr einen Lombax findet. Zur Info, sie ist eine Kämpferin. Gibt noch einen Lombax? Verrate uns, wo dein Freund ist, Schwester! So. Jetzt nehme ich das noch rein. Ach, Hundis! Oh. Ich habe keine Munition mehr. Äh, deswegen nehmen wir mal erstmal das. Bisschen Level. Unsere Feuze ist ein bisschen leveln. So, ist jemand hier? Oh! Okay, sind leer. Nehmen wir mal das hier. Oh! So. Wo war das jetzt? Die sehen hier richtig aus. Wir? Oh, als wir hörten, die Kerle suchen einen Lombax, hatten wir Angst um dich. Und schwupps bist du hier und rettest uns den Hintern. Warte, wo sind die anderen? Tja, ein paar der Mords stecken in diesem Zeug da fest. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass es größer wird. Ah, und dazu noch unser neuer Nachbar da oben. Mir läuft es nicht grad gut. Keine Sorge, ich erledige das. Oh, und als kleiner Auftrag, während ich weg bin? Das hab ich von Zorkis. Jetzt kann Maud endlich ihr Schiff fertig reparieren. Zorkis? Oh, diese Piraten haben dir doch keinen Ärger gemacht. Äh, nur ein bisschen. Du kannst es Maud selbst geben, sobald du sie aus diesem lila Zeug davon rausholst. Okay. Begib dich zum Versteck. Hey, Sweetie. Hi. Wenn die Gegner wollen's nicht kapieren, triff sie wieder und wieder mit dem Querschläger. Alles klar, zeig mal her. Der Querschläger. Zieh den Feuernabzug, um auf deine nutzlosen Gegner zu feuern. Oh je, und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben mir. Und dann zieh den Feuernabzug, um wieder, und wieder, und wieder zu treffen. Okay, gut. Was kauft man jetzt? Wir haben nicht so viel geändert. Hm. Okay, gut. Wir nehmen mal den. So, gut. Wir könnten eigentlich... Mal gucken. Partypilze. Gegnerangreif konzipiert sich... So, wir machen jetzt erstmal das hier rum. Was haben wir hier? Oh, eine Giftwolke. Giftwolke ist gut. Oh, wenn Mr. Partypilz verschwindet, hinterlässt er eine Giftwolke. Ich hätte gern Mr. Zocon. Ich vermisse Mr. Zocon. Nochmal hier mal, bis wir fertig sind. So. Vollstrecker ist eigentlich auch ganz cool. Vergrößert den Wirkungsbereich. Ja. Auf jeden Fall. Erhöht die aufgenommene Emotionen aus Kiste um eins. Ja. Okay. Gut. Dann sind wir da mal fertig. Aktiv und zieht okay. 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 Gut. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Was tun wir denn hier? Was tun wir denn hier? Was ist das? Untersuche die Dimensionsanomalie. Bringe klinkt zu Ribetz Versteck. Also wir haben drei Ziele. Okay. Okay. Och. Oh Gott, sind die süß. Die haben keinen Hut auf und die haben Hüte auf. Oh Gott. Ach süß. Nächster Halt. Versteck. Ich muss mir irgendwie die Wolka unterlassen. Mann, wer uns ab? Ei, Mann, wer uns ab? Schieß hier! Oh! 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 Ich schmeiße erstmal meine ganzen Pils hierhin, okay? Oh! 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 Ich habe aber keine Pilze mehr. So, dann lassen wir mal unsere Pilze machen hier. Oh, die sind noch. Das ist nicht so gut. Partypilz hat keinen Dingsbums mehr. Okay, dann nehmen wir mal den hier. Okay, das ist auch leer. Jetzt haben wir als nächstes Querschläger. Hä? Ich verstehe den Querschläger noch nicht so richtig. Wie nimmt das hier? Ich habe ihn erlegt. Hull dich mir. Ach, der Schlungfall. Ja, das ging jetzt sehr schnell. Ich bin sehr gut gekämpft, muss ich sagen. Ich komme schon hinüber. So. Ja. Okay. Achso. Wir müssen hier drauf. Ich vergesse das immer. So. So. Dein Spaltstahler, ja. Ziel doch mal auf den Spalt. Das macht Spaß. Oh. Na. Okay, ich habe keine Munition mehr. Eine Kugel reicht nicht. Okay. Was ist denn hier noch? Ach da! So, das ist auch leer. Verdammt. Ach du Heidi, was bist du denn? Oh, Hilfe. Okay, das sind ja... Okay. Gut, hier geht es voll ab. Äh, ja, die haben wenigstens alle den Helm auf. Ich habe es gedacht, es ist alles Kisten. Ich glaube, ich muss langsam ins Bett gehen. Oh. Es war okay, dass du bloß eine Düsenpackfunktion bovs. Die habe ich auch. Oh, nein, nicht runterfallen. Äh, wo ist hier noch jemand? Da. Okay. Ribbit. Hm, sie ist im Eimer. Haben wir hier irgendwo was vergessen? Die gehen wieder ihrer Arbeit nach. Hier ist zum Beispiel noch was. Das ist ein bisschen... Das brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Gut. Äh, falsch. Oh nein. Hä? Hätte ich hier hin? Musste ich hier hin? Was ist mit dem Flitzkäfer? Was ist mit dem Flitzkäfer? Was soll damit sein? Oh. Und los. Fast geschafft. Und... Wieder steht ein Grundtor im Weg. Und schon bereue ich es. Komm schon. Wir wissen beide, wie das hier ausgeht, Großer. Oh. Oh. Wie ist... Ach, unser Blaster ist jetzt still. Oh. Wir müssen, äh, unsere Pilze benutzen. Oh. Oh. Es ist leer. Okay, ich habe es leer gespielt. được. Was ist denn hier los, eh? Okay, ich lieb's, diese Dinger aufzuladen, ne äh, aufzustufen. Ja, warte ganz kurz, bitte. Hä? Wir können doch gar nicht so schwach sein, wie es liegt denn hier so viel Munition rum. Okay, ähm. Da. Wir gehen nochmal schnell hoch, weil hier ist nämlich Raritanum. Das wollen wir natürlich haben. Okay. Das sind aber nicht Bruchstücke, das bringt nichts. Alles klar. Dann stelle ich mich mal hier hin oder sagen, vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Ich hoffe, ja, euch geht's gut und ihr bleibt schön gesund. Habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Oke, so, jetzt. Her? Ja. Ich bin Herren. Vielen Dank.